Warum wird der Staub überhaupt so energisch bekämpft? Ich weiß es nicht, ich mag es nicht, wenn wenn Ecken dreckig sind oder... Ich habe gehört, dass 95 Prozent des Staubes in meinem Haus vom Menschen stammen. Also Hautpartikel, Farbe, Schuppen... Oh, das wusste ich noch gar nicht. Also mit dem Staub hat man eigentlich mit sich selber zu tun. Ja, aber trotzdem würde ich ihn immer entfernen. Der Hausstaub ist dann so das Archiv des Hauses und es hat aber sozusagen die Potenz in sich Materie zu bilden. Es ist so eine Art schiefgegangene Evolution vielleicht, eine Evolution unterm Bett. Und das simuliert, wenn Staub auf Staub im Weltall trifft. Genau, unsere Absicht ist ja eigentlich zu erklären, wie Planeten entstehen. Und das heißt, es soll ein Wachstum geben, wenn Staub auf Staub kollidiert. Und das heißt, es soll ein Wachstum geben. 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 Und das heißt, es soll ein Wachstum geben.